hallo und herzlich willkommen bei red or campbell ich bin heute für auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich das spiel blitz mobile 3d ich starte es mal und dann warten wir mal 1-2 sekunden überspringen das war das spiel schade ich dachte das wäre das andere von plätsch gewesen naja das macht auch spaß ein ja 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 Was ist das? Was ist das? ich habe sie nicht besser mit automatik Ich hab's ja auch so geschafft, ne? Die Tür wird gleich los, ja? Die Tür wird gleich los. Das war's für heute. 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 Zwei. Oh schön, besitzt Null, einmal ist frei. Besitzt Null, ok. In den Laden reingehen, was haben wir hier? Puzzleteile kaufen. 1,45, 3,45, 5,55. Ich muss bestimmt ein Teil kaufen, das sind Diamanten. Das kauf ich dem auch nicht. Dann kauf ich den hier einmal. Warte mal, da haben wir doch. Und aufrüsten. Nein, nicht aufrüsten. Der ist grau. Der braucht eine bessere Qualität. Der braucht diese Holzviecher. Holzviecher. Holzschuhe sind das. Genau. Holzschuhe. Markt. Ah, nur die epischen sind da. Ich brauche die grauen. Schockieren. 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 Brauche ich schon mal. Schockieren. Na gut. Ach, ja. Siebei nicht... Schockieren. Obten. Schockieren. Wofür hauke ich ihn da offenbar? Wo steht das? Wo steht das, wieviel ich von den habe? Ach da! Och, das ist ja noch sehr, sehr viel! Ich mach das lieber nicht, sonst hab ich kein Geld mehr. Das brauche ich bestimmt noch was anderes als das hier war. Ich weiß noch nicht wofür. Für irgendwas brauche ich das bestimmt. Hm, keine Holzschuhe. Dann haben wir hier. Aber ziehen. Och, cool. Und Events. Hier haben wir einmal. Kaufen. Nein, ich möchte nicht kaufen. Und Fürsorge. Einfordern. Starten. Einfordern. Und, 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 und. Und. Und nochmal zurück. Das ist so cool. Das ist so cool. Ok. Jetzt spielt noch das Ass. das anscheinend das 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 Wollen wir 20 werden? Alles einfordern. Oh, Barberflug. Alles löschen. Kostelloses Geschenk. Die hab ich alle aufgemacht. Ich muss ja eigentlich gegen den noch gewinnen mit 3 Sternen. Hm. Okay. 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 그 war. Okay. Not die. Okay. Here they go. Untertitelung des ZDF, 2020 Aber ich meine, es ging auch mit Automatik irgendwie. Aber wie ging das, wie ging das? Ich bin nicht erwarteten. Ich treue nicht. Aber ich mache Notfall. Ich gebe dir. Entschuldigung. Das Lied. Das war's für heute. schnell aber mein Schaden war stärker m zu n 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 Oh, ein Quiss. Okay. Ok Pompéa geht durch besser Ukiya Welches ist? Oh, das weiß ich nicht Ich glaube die Nachmittagspause Ich kiele dem noch können sie haben Helden Kajdo Bakudo Oder Ado Ahofer Kajdo Kajdo Jö Unglaublich Welchen Hobbys hat Shuhai Wer ist Shuhai? Isaki Ist der mit den Büchern? Der mit dem Bogen? Nein War er nicht Ich ist es Der eine ist Tofu Ist das Wer nicht? Naja Aber 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 Schönes Kiss Sehr schön Ich bin Ich bin Level 30 Ich bin Level 30 Ich bin Ich bin Das Das sind doch wahre Freunde Ich bin Ich bin Ich bin Oh Ja Ich bin 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 genuinely Ich bin Ich bin Ich bin Das war's für heute. Drei Sterne, okay. Dieser kleine Junge... Oh, nein, zurück. Falsch angewählt. Es ist beider, man kann nicht gehen. Ich bin auf die Falsche. Das ist ein Schatz, so ich bin auf die Falsche. Und jetzt ist es ein Schatz. Jetzt sind wir mit der Falsche. Das war's für mich. Und der hält aber viel aus. Ah, trotzdem 3 Sterne. Gut, dann kann ich erst so weitermachen erstmal. Okay. Wir müssen überspringen. Okay, mehr Spieler. Und jetzt starte. Ah, da ist Otto. Ich hab's gefunden. Unter dem rechtenen Manchett. Er bin ich. Hatte ich. Jetzt hab ich. Nein, schauen wir mal. Mann, da ist ja noch. Ich geh mit. Ich geh mit. Noch, ich geh mit. Ich geh mit. Man. Das ist alles Spielercharakter oder ist das K.I.? Das muss noch 10 Stück zerstören, 3 Minuten. Das ist das K.I.? Das ist das K.I.? Das ist das K.I.? Das ist das K.I.? Noch ein? Was ist der Boss dahinten, die Spritze? Ach nee, richtiger Gegner. Das ist doch so, was ich hier? Ich hab mich hier noch nicht in die Zeit. Ich bin ein Gott. 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 Ich habe ihn nicht geschafft, aber ich habe ihn nicht geschafft. Ich werde noch nicht sterben. Naja, ich will noch nicht mehr raus. Die muss ich noch aufwerten? Schaff ich bestimmt sowieso nicht. Ja, ich will noch nicht. Ja, ich will noch nicht. Ja, ich will noch nicht. Was ist da? Nein, nein, das war so. Ja, ich will noch nicht. Ja, ich will noch nicht mehr raus. 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 Ich habe auch nur die erste Staffel gesehen. Ja, ich will noch nicht mehr raus. Ja, ich will noch nicht mehr raus. Ich will noch nicht mehr raus. Ja, ich will noch nicht mehr raus. Tickliche Aufgaben 5 mal 2 mal Rischung Null im Besitz Hab ich jetzt die Runde bezahlt? Ich hoffe es nicht Doch, ich hab die Runde bezahlt Warum? Warum hab ich das gemacht? Ich habe die Runde bezahlt Ah! Ich habe doch gerade schon mal gespendet. Jetzt ist er noch mal gespendet. Ich habe doch schon mal gespendet. Ich habe schon mal gespendet. Ich habe schon mal gespendet. Das kostet Geld. Das kostet Geld. Nein. Ich will nicht. Ich kann mal dann schon zehnmal spielen. Zehnmal. Ich weiß nicht, mit ihm bin ich gebunden. Wie wird man die wieder raus? Ich weiß nicht. Ach Gott. Was ist denn? Den muss ich noch mal verstärken. Ich weiß nicht, dass ich ihn auf dem Statione schenke. Das ist, dass ich mich nicht mehr schenken kann. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass wir ihn zusammenfassen. Das ist ein Problem. Ok. Okay, haben wir auch mal. Ich weiß auch nicht wie ich aus der Dungeon da rauskomme. Oder bin ich jetzt draußen? Ja, das finde ich nicht mehr. Bitte verlassen. 30. Na, warte. Verlassen. So, ich sag mal, das war's für heute. Ich hab das, glaub ich, jetzt schon lang genug gespielt. Und ich hab mein Ticket ab und sag Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder heutzutage seid. Bis dahin, viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.